Paritz, Hickersberger, Starek, Grundkonzept der Österreicher heute, wir greifen an, wir spielen offensiv, wir wollen gewinnen. Der Mann ist ein großartiger Kopfballspieler, aber Stastny hat auf Sarah nicht verzichtet. Großartig gewacht von Paritz. Geschickt hinausgespielt zu Paritz, Paritz verschießt. Und Lachschon, Paritz, Kreuz, und an die Stange. Neben der Linie vorbei und Yara kam dann zu spät, noch einmal Paritz. Paritz. Starek. Aber es ist einfach niemand frei. Jetzt Paritz, Grieb, Nordquist, bei der Ausführung des Eckballes. Paritz. Hasil. Stürmberger. Paritz. Und dann. Paritz. Foul. Kaum gesehen hat in dieser Form, dass zwei Mann immer wieder am Fünfer den Torhüter attackieren. Paritz. Aber Grieb bleibt Sieger. Paritz. Nordquist. Paritz. Yara. Paritz. Paritz. Kreuz. Schmitt-Radner. Hickersberger. Paritz. Paritz. Starek. Nur 48.462 zahlende Zuseher. Und jetzt Tor. Tor für Österreich. Starek. Starek auf 2 zu 3. Gustl Starek. Ein Tor, mit dem man eigentlich gar nicht mehr gerechnet hat. Aber vielleicht geht's doch. Vielleicht geschieht jetzt ein österreichisches Fußballwunder. Auf der rechten Seite jetzt. Paritz. Paritz. Schön gemacht. Fourth. Danke. Tschüss. Schau. 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 Schau.